Papa-Tochter-Duo, John Travolta und Ella posieren gemeinsam In den meisten Fällen posiert John Travolta, 70, ohne eine Begleitung für die Kameras, zum TCM Classic Film Festival in Hollywood brachte er jedoch eine ganz besondere Person mit aufs Foto, seine Tochter Ella Blue Travolta, 24. Zum 30. Jubiläum des Kultfilms Pulp Vizitone trug der Filmstar eine stylische Kombi aus Jeans, schwarzem Sakko mit einem Sweetshirt und einem weißen Hemd darunter. Die 24-Jährige kam in einem getupften Midi-Kleid mit Spitzenvolant und klassischen Pumps. Unter Papas Arm eingehakt stolziert das Vater-Tochter-Duo gesittet über den roten Teppich. Auf der Jubiläumsfeier erinnert sich der Vincent Weger-Darsteller an die Zusammenarbeit mit seinen Pulp Vizitone-Kollegen zurück. Über seinen Freund Bruce Willis, 69, der aufgrund seiner Gesundheit nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen konnte, findet John ein paar liebevolle Worte. Wir waren schon Freunde, erzählte er und Finn anzuschwärmen, es war sehr einfach, zusammen zu sein und zu entspannen, und es herrschte echte Fürsorge. Zwischen den beiden harmonierte es also von Anfang an. Anstelle des an Demenz erkrankten Stirb-Langsam-Stars kamen seine Frau Emma Hemming, 45, und Tochter Tallulah Willis, 30, zum Filmfestival. Seine Gattin entschied sich für einen schicken Red-Carpet-Look aus einem schwarzen Kostüm und einer hellen Bluse. Sein Nachwuchs trug ein entspannteres Outfit aus zerrissener Jeans, schwarzem Blazer, einem gelben T-Shirt und schwarzer Cup mit der Aufschrift Bruce. Seine Gattin entschied sich für einen Gengen aber auch zu Wasser und JON-Stars war's. vs.. Seine Gattin entschied sich zurастиen